Hallo bei Musikmachen.de, Nikolaj hier von NM Show 2013, Ernie Boy, Music Man, eine weitere neue, schicke Gitarre. Hier ist der Kevin. Wir haben ein Ziel bei Music Man, und das ist, die Tools für Artikeln zu machen. Wenn wir mit unseren Signaturartikeln arbeiten, arbeiten wir konstant an Design-Tweakungen und zu tun, dass das Instrument mit ihrem Stil befindet. Das ist die letzte Rendition der JP John Petrucci Signatur-Line, das ist der JP 13. We went back to a 17-inch radius on the neck, features all-new custom DiMarzio pickups, piezo bridge. We've also got a built-in 10 dB boost push-push button on your volume control, three-way switch with a coil tap, push-push, on your tone control, and you've got your piezo volume down at the very bottom. All mahogany neck, with a basswood body, mahogany tone block, and maple top. John Petrucci says this is his favorite guitar to date, he's been playing it all the time, just got done recording in the studio, and it's gonna hit the market in the next couple months. Thank you very much Kevin. Thank you very much Shirley Brown. Speaker 8 France Same Thing Untertitelung des ZDF, 2020